Heyho und herzlich willkommen zurück zu Catherine! Entschuldigung, Johnny. Ich hab dich beim letzten Mal vielleicht vergessen. Nun ja, ich wünsche dir erstmal einen schönen zweiten Advent. Und dann kann Vincent ja auch mal zur Feier des Tages klettern, finde ich. Das finde ich sehr gut. Oh, Mann. Du bist ziemlich persistente. Deine Klammern sind fantastisch! Ich weiß nicht, was kleine Sprache du hast. Hör auf! Das ist die 10. Frage. Wenn jemand der gleiche Sex als du auf deinen signifikanten Anderen gefällt, was würdest du tun? Ja, vertrauen? Welcher? Ich denke, man... Entschuldige, ganz kurz. Dieser? Dieser? Welcher? Dieser? Sehr gut. Ich habe es gemerkt. Hör auf, bevor ich mich nervös bin, für keinen Grund. Nervös, hm? Ich erwarte, dass du von... ... etwas... Na. Mal gucken, was das diesmal ist. Kann ja nicht so schlimm sein. Wir hatten den Hintern schon. Der hat mich sehr schwer mitgenommen. Aber ist doch schön. Zweiter Advent. Und dann kommt da gleich ein Monster. Das Feier des Tages. Mach ich das extra schnell, die Stage. Ja, einfach mal vertrauen. Und es kommt mir auch wieder zu eifersüchtig rüber, nicht wahr? Und das zerbricht... Daran können auch Beziehungen kaputt gehen. Clock Tower. Final Floor. Es schießt Herzen. Ach nein. Alles klar. Lass uns das Ding aufzunehmen und weg. Es gibt keinen Weg! Ich werde das nicht machen. Ja, man sollte seine Kinder einfach nicht zu viel spielen lassen. Wenn man sowas wie... Fuck. Moment, das ging ja mal schnell. Gut, also rechts geht's bergab. Ja. Äh... Nee. Oh, bin ich gerade, aber gut. Jetzt kann ich ihn dafür, wenn es das erstmal mal mit sich reißt. Er rechnet mit sowas. Meins, 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 meins. Es hat eine Kettensäge. Es ruft Daddy. Ich fand das andere Baby wesentlich netter. Das erschien mir nicht ganz so psycho. Aber gut. Keine Sprungfeder. Gut. Verdammt! Heute ist jetzt der Wurm drin, ja. Aber wie gesagt, ich mache die Stage extra schnell. Weil ich's kann. Ja, das merkt man gerade. Das klingt so richtig gut. Nochmal. Diesmal bleiben wir nicht zu lange da stehen. Kommt nicht ganz so gut. Zumindest nicht für Wissen. Ich finde das sinnlich, von Glocken gedrückt zu werden, ist jetzt nicht ganz so töfte. Ich kenne mich damit natürlich nicht aus. Ich würde noch nicht von dem Block zittert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so schön ist. Oh, das Geld. Naja. Trenn weiter. Und rauf da. So. Das sieht auch mal gleich viel besser aus. Wir sind tatsächlich mal weitergekommen. Boah, Cyborg Babys sind gruselig. Naja. Nicht so schlimm wie der Hintern. Nichts ist schlimmer als der Hintern. Ich weiß nicht, ob ich den Block brauche. Ich nehme mal auf immer mit. Kann ja nicht so schlimm sein. Ähm. Oh Gott. Äh. Okay. Da gewollt mich, glaube ich, nicht längst. Ähm. Wenn ihr seht, dass er uns schon Entscheidungen abnimmt. Oh Gott. Äh. Tötet nicht? Ja, wahrscheinlich tötet es mich. Was bist du denn? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist verrückt. Es hat zu viel Call of Duty gespielt. Also wirklich. Dem jungen Alter, da sollte man sowas auch noch nicht spielen. Viel lieber... Ich spreche gerne von meiner Kindheit. Viel lieber Resident Evil. Das ist gar nicht so schlimm. Ist es nicht. Ich meine, ich habe als Kind Resident Evil gespielt und... Hey, ist alles easy. Ah, da ist so ein Springblock. Hui. Äh. Okay. Äh, nee. Zurück. Nimm mir den Springblock. Und nochmal runter. Ah, da ist noch ein Springblock. Soll ich den nehmen? Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich alles komplett verbaue, eh? Nee, doch nicht. Gut. Ich hoffe, wird, ob ich jetzt den Springblock nehme oder nicht. Und dann habe ich ihn doch nicht genommen. Und schade, meine Step-Anzeige ist zurückgegangen. Ist ja sehr, sehr ärgerlich. Naja. Ich sehe das Baby war gar nicht so... Es beruhigt mich ein bisschen. Die ganzen Blätter, da gehen wir natürlich auf den Piss und... Tötet es mich? Tötet es mich? Nein. Es tötet mich nicht. Finde ich sehr schön. Oh, nee. Gut. Kleiner Umweg. Nein, Vincent. Lass los. Nicht klammern. Ja, Krabbel vorbei. Oh Gott. Gut. Ich habe da wenigstens frühzeitiges Ende gesehen. Erneut. Ja, Krabbel, schneller vorbei. Gott. Es tötet mich. Ich sage es euch. Es tötet mich. Lass los. Ja. Noch langsamer. Ah, ich höre die Glocken. Gott sei Dank. Okay. Ich fand das Level anfangs noch etwas leichter. Oh Gott. Psycho Baby. Okay, okay. Hoch da, hoch da. Gott sei Dank. Huh. Okay. Okay. Just open this. A victory. No! Oh shit. Oh shit. آiness. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Whoa. Ja, Spooky Babys sind Spooky. Oder Robo-Cyborg-Viecher, was auch immer das sein soll. Hm. Naja, dann. Gruseliges Lachen. Eine Trophäe verdient. Cyborg-Baby besiegt. Was weiß ich. Huh? Hm. Hm. What are you doing here anyway? I mean, they, the ants, what are they doing here? They're stupid ants. They're after this. What is it? Cake? Well? Who did you get this from? How did ants get here so damn quick? That's the kid Catherine brought me a while ago. Oh! I've got a real sweet tooth is all. Huh. Wait, really? So do I. So, uh, when did you get here? What, like you forgot? You said that you were feeling better, so I hurried right over. Huh? When did I tell you that? I guess my memory's a little fuzzy. Aww. You always say that. Relax, you worry too much. Trust me, you were just fine, baby. Huh. Well, gee, thanks. Oh, yeah. I don't have time today. No! What is it this time? It's, it's that horror movie I told you about. This is the last week they're gonna be showing it in theaters, remember? What, what movie? I don't know what I'm gonna do if I miss it. Yeah, okay, okay. Can we wait till tomorrow? I've kinda got some stuff to take care of today. Yay! Alright! Hey, this will be our first real date! It'll be so much fun, don't you think? I am totally lost here. Ach. Yes! Ein bisschen schizophren? Nein. Seekath maybe noch nicht. Nein. Schau, ich muss dir etwas fragen. Du weißt, worüber ich spreche, oder? Hast du nicht etwas, was mir zu erzählen? Vincent, was in der Welt bist du? Alles klar, ich komme einfach raus und sage es. Warte, was ist passiert? Ich habe etwas gehört. Was hast du gehört? etwas von einem Freund von deinem Freund. Was? Wer? Ah, du kennst du einen Mann namens Steve? Steve? Ja. Ja. Hm. Ich weiß nicht jemanden, Steve. Exa... Warte, was? Du nicht? Nein? 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 Wie gesagt, ich weiß gar nicht Steves. Wie können Sie nicht? Ich meine, Steve ist ein ziemlich besonderes Name. Right? Warte, ich habe einen Steve kennengelernt. 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 Der Steve? Wie alt ist er? Um, zwei Monate vielleicht? Sie hat gerade zurückgebracht. Nein. Nein, nicht ihn. Sie wissen nicht von anderen Steves? Huh? Na gut, ich bin sicher, dass ich das mache, wenn ich kiehen. Du sagst, dass du kiehen und sehen, ob du jemanden wie Steve kennengelernt hast? Ich glaube so. Schau. Was ist das alles? Well... Sprech und sag mir. Wer ist Steve? Ein Freund von deinem? Was bist du? Wenn du nicht wissen, dann lass es einfach. Aber du sicherst du ihn nicht wissen, wie Steve? Warum stimmst du mir das? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Entschuldigung. 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 Huh? Oh, äh... Was ist passiert? Ich habe die falsche Frau wieder? Ich kann nicht von jemandem anderen denken. Ich bin froh, dass Kathrin nicht kiehen. Aber das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich sie einfach sagen. Ich bin froh, dass ich sie nicht wissen. Dann wird sie denken, dass ich ein paar Leute von jemandem aus dem anderen kiehen. Schöne. Was kann ich sagen, um zu machen, dass sie mir glauben? Uh, naja. Es ist eine gute Sache, dass du ihn nicht wissen kannst. Es gibt diesen... ...asshole in meinem Arbeit, der sagte, dass er dich kennt. Also... Huh? Du bist okay? Du hast gestern gewiss. Du bist schmerz. Du sagst Dinge, die nicht Sinn machen. Ja, du weißt, was? Es gibt viele Dinge, die nicht Sinn machen. Wie der Zukunft und alles. Ich habe das nicht. Was bedeutet, dass du das nicht verstehst? Also... Welche Teil unserer Zukunft nicht verstehst du? Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich meine, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich habe Probleme mit dem Kunden, also... Ich bin... Ich bin... ...gegenne Text verändergerungen. Wie? Geigenne, wie? Ich weiß nicht. Sie... ...urde Sinn. Es ist einfach... Was sagen, was sind die Worte? Sie wissen was, es ist nicht wichtig, einfach vergessen. Okay, aber... Schau, Vincent, du hast nicht nichts von mir, hast du? Huh? Scheiße, ich schaffe sie Angst. Sie sagt, dass sie lustige Texte bekommen. Ich muss sie ein bisschen bemerken. Komm schon, ich stehe nichts von dir. Ähm, okay. Sehr merkwürdig. Welche Mädchen? Was bist du? Ja, ich habe gefragt. Und niemand weiß, wer du bist. Du... du hast sie gesagt? Ja, natürlich habe ich gesagt. Und das ist die schnellste Weg, um zu verbrechen, richtig? Ja... Aber was bedeutet, niemand weiß mich? Ja... Das ist genau das, was ich hab. Schau... W... 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 Also lass mich allein, okay? W-w-w-wait, nein, nicht aufhören! Ich kann ihn noch nicht aufhören! Was war das für seine Probleme? Eine falsche Frau? Ja, die Katharine, die er zu sprechen war, war von jemand anderen. Jeeez, wirklich? Well, Glückwunsch für dich, das war nur ein dummer Fehler. Der Welt ist voll von Problemen. Aber es kann nicht sein! Ich meine, sie hat mir gesagt, dass sie selbst gesagt haben! Nein, nein, keine Chance! Er muss sich falsch machen! Oh, ihr müsst euch auch aufhören. Habt ihr nicht die Ruhige? Ah, das wieder? Sie sagen, dass alle Menschen, die sterben, waren schützlerinnen. Also wurden sie KURSED. Ach, mach deine Scheine zurück. Vincent ist nicht mehr schützlos. Es gibt nichts zu beschäftigen. Die KURSED, hm? Oh, das ist großartig. Ich habe keine Wahl, aber zu akzeptieren. Ich habe keine Angst. 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 Aber diese KURSED ist einfach so. Es ist nicht rational. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. gibt es viele andere Möglichkeiten, zu sterben in deinem Bett. Plus... Plus? Also, ich habe, habe ich auch ziemlich viele Schöne. Schöne? Ich habe ehrlich gesagt, Ich habe eine Angst. Und wie du gesagt hast, ich weiß nicht genau, was sie sind. Aber... Ja... Das ist ein schweres Schöne. Hey, bist du ernst? Es ist gut. Es geht nicht. Es ist alles nur Schöne. Ja, aber... bist du sicher, dass es gut ist? Natürlich ist es gut. Was ist das? Ich habe mich daran gedacht, dass er etwas gesagt hat. Ich bin verrückt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Was wird... Ich bin... Ich bin... etwas wichtiges hier? In der Fall, das ist für dich, Vincent. Was werden wir... Was werden... Huh? Oh... Meine Schmerzen wurden alle durch diese Probleme. Aber... sie mich verletzten, etwas zu verstehen. Was ist... Ich habe alles für mich gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich finde, wie jetzt... Ich erinnere mich, was ich immer am liebsten. Ich habe mich immer am liebsten. Es ist für mich selbst. Es ist für mich. Ich weiß. Aber ich kann nicht die Person, die mit mir ist, in dieser Zeit. Insofern, wer ich bin. Ich kann sie jetzt nicht verlieren. Ja! Das ist der Schmerzen. Dann... vielleicht... du nicht hier dringend bist. Ja... Ja... Ich habe noch etwas zu tun. Du... Du musst meinen Fokus ändern. Ich verstehe. Hey... B oder ich? Sure! Lass mich das für dich holen. Ja, das ist richtig. Lass uns trinken, während wir denken. Dein Traum. Ja, genau. Bei uns ist das für uns. Happy End? Hmmm... Nein. Noch lange nicht. Ich frag mich. Ob wir auch mal gegen C. Catherine antreten? Ich mein, Kay Catherine hatten wir ja zwei. Man möchte ja auch gegen C. Catherine ... voraus C Catherine weglaufen. Ist ja Nicole, als würde er das schon die ganze Zeit versuchen. Naja. Er hat ein neues Bier. Die alten Frauen sind das immer noch. Ich do indicier dalam member 되어 André. Ach, niemand, oh. Ja, Mensch. Hier ist ja richtig was los heute. Ich hoffe mal, dass die anderen noch kommen. Und mit so viel Information lasse ich euch dann alleine und wünsche euch nochmal einen schönen zweiten Advent. Und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.